Hallo 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 Junge Bin ich happy Mal wieder Rimb spectacular zu zocken Junge es ist gefühlt Es ist nicht mehr gefühlt Jahre her Sondern es ist Jahre her gefühlt Hat Sinn gemacht ne genau Es ist ja safe ein Jahr her oder so, ne? By the way, keine Ahnung, wer was ist, was, wie, was ich gemacht hab die letzten Male. Ardont fucking no. Ich werd ja auf jeden Fall alles nochmal neu mischen. Äh. Genau, ich werd einfach alles nochmal neu machen. Was ich hier so hab, was ich hier machen will. Ich hab ja auch jetzt neue Mods, ne? Aber das kenn ich ja schon von letztes Mal, von, äh, boah, kennt ihr das schon? Zu den Mods zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber auf jeden Fall hab ich auf jeden Fall, äh, Video, auf jeden Fall hab ich zu, auf jeden Fall, ja, digga, langsam. Alter, ich kann noch nicht reden, ne? Ich weiß auch nicht, was ich, ach, er macht, was ich da machen wollte, und so Zeug. Okay. Pocket Man is warming up, please wait, erstmal das hier mal durchlaufen lassen. So. Done. Wir haben kein Essen so richtig, ne? Kann das sein? Wir haben echt... Ah, ne, das, das zeug ich nur. Okay, wir haben, wir haben Essen. Alles klar. Äh. Genau, wir hatten letztes Mal, glaub ich, schon am übelsten Fight, genau. Äh, sorry, ich muss erst mal auf mein Leben klarkommen, was eigentlich alles gibt. Warum hat der Typ... Ähm... Das an? Darf er das? Okay. Alles klar, Romaro. Und hier bekommen wir auch Strom her. Haben wir schon Batterien. So, keine Ahnung, digga. Keine Ahnung von nichts, ne, gefühlt. Ey, da ist ein Pilz. Holzpilz. Okay. Die Musik ist so ein bisschen so laut, tatsächlich. Mal kurz kurz rausztappen. Mal kurz gucken, ob es auf die 20 gestellt ist. Ich hoffe, es ist... Nicht zu laut, alles. Okay. Ähm. Ich will erst mal alles... Was ist Transport Plus? Ah, okay. 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 Alles gut, okay. Ich mach's nämlich... Ich hab's folgendes nämlich vor. Ich weiß, wie ich denn hier bei einem Typen, der... Sack. Der alles macht. Nämlich... Okay. So, das copy ich... Und fügt es... Auf jeden an. Da macht jeder alles. Dann... Muss jemand Aufsehen machen. Das macht er. Ähm... Er macht Tierpflege. Dann brauche ich zwei Köche. Dann baut einer. Aber der ist echt gut. Dann machst du das. Erstmal. Zwei machen Feld. Der macht Bergbau. Waldarbeit guckt man an, wenn man's brauchen. Und der eine war durchgehend am Vorschlägen kann das sein. Weißt du, maske Reinigung. Definitiv. Aber Papst ist auch gut im Bergbau, ne? Mal gucken, wie das funktioniert. Der hat noch nichts zu tun. Der auch nicht. Der hat noch nichts zu tun. Der und der nicht. Der macht Handwerk. Das brauchen wir nämlich auch. Ähm... Der kann Kunst oder auch was bauen. Genau, bauen haben wir jetzt noch keinen gemacht. Ich glaube, das sollte es auch recht gut gehen. Hä? Alles ist überall. Alles ist überall. Wer macht das? Ja, ihr. Ich weiß nicht. Was dann schon alles machen? Genau. Cool. Ähm... Transport Plus ist übrigens auch ein Mod. Falls ihr das jetzt nicht wisst, das ist ein Mod, wo man... Wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, genau den Gegenstand hier tragen will, dann kann man hier auf dringend tragen gehen. Und dann ist das in der Priorität hier. Das heißt, es wird... äh... Dann ist das Transport Plus, dann ist das hier. Und nicht hier hinten. Genau. Und dann gehen die Sachen auch ziemlich schnell weg. Ich könnte zum Beispiel sagen, dass die das machen... Also ich drücke mal auf Play und guck mal, was passiert. Weil, keine Ahnung. So. Fernkampf, 13, 13, 8, 5, 4, Nahkampf. Nahkampf. Nahkampf, aber trotzdem Fernkampf. Nahkampf, Nahkampf. Und ein paar Absisch-Absolence. Okay. Alter, ich bin so lost. Ich habe keine Ahnung, was, äh, was macht. Ähm. Dinosaurer tut reinigen. Okay. Ähm. Der macht diese Steine. Genau. Ahm. Ist das ein Marmor? Ein verbindeter Unterfeindbeschutz. Schieferblöcke. Okay. Äh. Äh. Mech-Cluster, du bist ja aber ganz verrückt, oder? Ich muss zeigen, dass ich ein Mech-Cluster für sieben Tage bin. Bitte auf Kyoshi aufpassen. Das ist ein Mech-Cluster in der Nähe. Ne, das mache ich nicht. Ja, du bist auch so ein Trottel, Digga. Er versagt, doch die... Ne, ne, ne. Scheiße drauf, Junge. Wenn er jede Arbeit fahrt. Macht's. Was wollte ich hier machen? Ach, ich... Hey? Was wollte ich hier machen? Was wollte ich hier machen? Ich check's nicht. Was wollte ich hier machen? Weil ich habe jetzt gerade die Tür abgerissen hier. Hier drei Kühlungen. Warte mal. Ach, jetzt wird sich gerade drin. Ähm. Ich weiß nicht, was ihr hier wollt. Was ist denn mit dem los? Warum geht's den scheiße? Aha. Okay. All right. Was ist denn hier? Heimat, Sicherheit. Okay. Ha. Also, hier kommen noch in den Buden hin. Er kocht. Ist das okay? Okay. Ich werde das ja hier am... ...schlauschen, das rein springen tatsächlich. naja naja also ich verstehe was hier passieren soll wenn die kühlung kommt weg macht auch sinn damit zeit hier nicht so warm drin wird ich verstehe es ehrlich gesagt nicht was ich machen wollte bin ich ehrlich auf youtube macht wieder faxen hungrig das muss halt nicht ach dieser glaubens shit naja gut ok warte mal was in der schmerzenmittel ich habe doch alles kaputt gemacht da wird es wohl auch nicht besser ok ich hoffe ich werde somit ein bisschen effektiver haben wir jetzt eine tätigkeit jäger haben wir nicht ok bauen wir einmal nur waldarbeit haben wir gar nicht schmieden und schneden haben wir auch gar nicht ne schneden ist glaube ein bisschen wichtiger als diese steine machen weil wir können ja hier alle steine so ausschlachten und glätten das dürfte kein problem sein wir bauen stoff genau das war das ding sagt ok ich sprung mal vor ich hoffe es läuft alles flüssig was soll es jetzt eigentlich was soll es jetzt eigentlich was sonst entschuldigung ich bin mir da habe ich früher mit handcam gespielt ist die frage ich bin gerade stellt ich guck mal kurz ich habe mit handcam gespielt ich habe mit handcam gespielt boom boom oh tadaaa peace leute double peace hey ich hoffe es passt so es passt wahrscheinlich nicht so ja passt schon ähm soll ich die da runter so tun oder die da oben lassen ich lasse mal da oben ja damit ihr die sehr äh die dingsten die ihr seht so ein bisschen zumindest großhändler nice hey hey wer war denn unser soziales naturkind hey der da glaube ich ist auch hier was oder ey papst war viel besser als er großhändler klingt toll warm gekommen die da hin äh zone wie sind die da ach war ich da was ok was soll ich denn nicht offen halten nice killbox ey das müsste ich zum beispiel alter stimmt hier aber mal jetzt das kann ich aber verkaufen hier ein bisschen was männchen äh ja so viele menschen bräuchte ich nicht mehr kann man 10 verkaufen die behalte ich mal die behalte ich mal was soll ich die großen verkaufen so wie kann kann weg das können wir alles verarbeiten ähm sprit neutraimin früher und später das brauchen wir früher oder später stoff brauchen wir das kann alles alter schwede kann es weg junge holy shit flage kann es auf jeden fall weg nice alter aber jetzt noch nicht wir haben techpläne what the fuck was haben denn gemacht das kann weg 8 prozent ist genau weg 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 jetzt haben wir so wenig prozent alles ja 50 prozent geht noch gold ah scheiße aber es bringt uns mehr als es gibt ähm ey shit junge wir könnten so viel verkaufen aber die haben nicht so viel Geld und auch nicht so viel zum tauschen wir könnten Schokolade kaufen ich glaube das könnte ganz cool sein einfach mal wenn es haben das geld wir haben es selbst damit haben wir haben was 6 für 6 dollar nur für 6 euro kann ich das kaufen das ultra billig guck mal bauteil kommt 36 was kann ich mich verarschen ok ok gehen wir nochmal durch also das will ich auf jeden fall weg haben hier die weil äh sonst stimmt nur um Tiere pflegen esel brauche ich nicht das brauche ich auch nicht mehr Sprit aber jetzt glaube ich noch nicht mir habe ich viel Schafwolle dir was habe ich eigentlich in meiner base ich habe zwei versteckte läufe und ein Schildkern den braucht man später für Mercer das könnte man kaufen sonst brauchen wir ja nichts ne das Gold kann man weg ok jetzt wollen wir noch was was verkaufen könnte außer das außer der stehenden Stoff jetzt erstmal da können wir alles und wir hauen da echt so warte mal Mutterschaf Mutterschaf weiblich 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 die behalten wir alle weiblich also die kommen alle weg glaube ich sie kommen ja nach ähm dann haben wir die noch weg ich glaube das ist ein guter move weil hier kommen wir ja Männchen und Weibchen aber das ist ein guter move 12 nach sondern ist das gut dann kann man definitiv stoff kaufen das können wir weg tun stahl ihr kaufen tatsächlich kann man die genug bekommen wir haben auch übertrieben jetzt hier noch mal minus 5 genau das ist viel zu viel dann minus 400 300 genau das ist doch perfekt ich bin jetzt ich hoffe jetzt mal ja genau die tragen es ist auch ein mod er wird es sonst nicht oder was groß papst macht es mal das ist nicht mehr gemacht aber die bringen jetzt nämlich jetzt soll quasi mir geben bringen sie hier rein ist ziemlich cool so ein guter trade tatsächlich und sehr guter trade und zu essen das macht mir so ein bisschen sorge scheiße trägt eine unbeliebte waffe Ich denke, du musst es halt tragen. Jetzt muss es wieder zum Laufen gehen. Ey, wir haben einen Lautsprecher. Was zum Teufel? Nein. Protein. Wer heißt... du heißt Protein. Warum heißt der Protein? Habe ich den so genannt? Ich glaube, ich habe den so genannt. Hä? Warum? Oh mein Gott. Okay. 90 Schokolade. Sehr viele Bauteile nicht, aber immerhin etwas. Okay. Ähm. Genau. Schali macht hier weiter. Sehr gut. Das freut mich. Okay. Nice. Der macht hier das. Alles klar. Der macht hier das. Alles klar. Der macht hier das. Alles klar. Der macht hier. Der macht hier den P-Werfer. Das ist eigentlich echt gut. Und was wir den haben, meine ich. Kann. Ob. Ballert hier das ganze Zeug hier weg Das ist ein bisschen unergonomisch gemacht Ich müsste eigentlich hier nochmal eine Tür einbauen oder so Ich glaube ich mach das jetzt gleich mal an AUTOMATIK Schiefer oder was? Ja Exactly So ich guck mal nach Nach Achso Äh Flee Chalie Die müssen ja nicht mal laden hier Die müssen ja nicht mal laden hier Moralisches Ektiktum verlangt das sich das Bauwerk ethisch abbilden in einem würdigen voll Raum befindet Wohnbelag Ich glaube wenn die gemacht werden dann ist doch gut oder? Achso Achso NEE Was? Was? Achso 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 Ach okay das ist okay das passt Kann ich nochmal durchsteppen? Ah mit Punkt Komm mal Ja okay Wurminfektion Alles klar Ey die bauen ja alle Okay Ach stimmt Ach stimmt eigentlich das ist äh Genau ich glaube das klappt doch nicht so geil ist alles alles gemacht von jedem kochen müssen müssen nur die zwei hier bauen ist okay bergbau auch ist auch das auch das auch ist aber nicht alles hier fängnis ausbruch super duper das passt perfekt das ist auch wieder zu kommen ja fünf fünffach nicht das passt schon dadurch doch kommen ja genau da guckst du war ja da sind die nein 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 nicht schon wieder den scheiß ich hoffe dass sich tot ach du kacke alter hat einfach der junge gelbe moich findet es noch einmal marsch alter dann habe ich dich weg alle dann verband ich ich glaube ich mache das mal bei jedem so dahin genau einfach das ist einfach immer die waffe ist diese auch ausrichten und das ist einfach passiert das weil ich glaube das ist so ein bisschen ach du kacke alter sind ja deine scheiß granate hin was soll das digger junger fahrer der typ der geht mir jetzt so auf den sack alter ey so auf mit dem partner wir sehen uns beim nächsten mal hau rein bis bis zum nächsten mal